Willkommen, wir spielen heute Super Fantasy Kingdom, werden ein bisschen weiter spielen. Ich wünsche allen dann viel Spaß. Wir haben ja hier noch ein bisschen was zu erledigen. Wir werden mal schauen, dass wir das alles noch hinkriegen. Wir müssten das hier auf Stufe 2 noch bekommen, damit wir genug Münzen in Game sammeln können. Können wir mal testen, ob wir das hinbekommen. So, erstmal Pause, umgucken, wo welche Ressourcen sind. Also hier ist Stein, dann können wir Stein hier hinsetzen. Gold vielleicht hier, ein Holz hier, machen wir hier die Taverne. Da erstmal einen rein, hier ein Holzfäller, hier ein Steinbruch, dann lassen wir mal laufen. Und dann können wir dies. werden wir angegriffen. Das kann unser Peter noch alleine machen. Wir gucken auf den X nicht nicht. Wir müssen überlegen, wir brauchen später ein bisschen Gold. Jetzt setzen wir hier hin. Holzfäller, Mauern brauchen wir zehn Steine. Ein Haus. Da haben wir direkt ein Arbeitermeer. Vielleicht probieren wir diesmal Weizen anzubauen. Das müssen wir mal schauen. Und auf jeden Fall dann den Jäger später. Noch ein Brett dafür. Ein bisschen beschleunigen. Wir hoffen direkt den Ritter. Stellen ihn mit hier hin. So. Dann kommen wir jetzt die erste Nacht. Einmal alles überspringen. Dann nehmen wir den Halbling. Wir lassen uns den hier hin. Wir gucken, dass die hier schön weiter arbeiten. Beschleunigen. Wir müssen dann auch Balken Förster einstellen. Ein Holz noch. Dann können wir das Haus bauen. Jetzt brauchen wir erstmal Bretter. Zwei Namenweite genug. Jetzt brauchen wir erstmal Bretter. Zwei. Dann können wir die Nacht wieder überspringen. Dann können wir die Nacht wieder überspringen. Dann können wir alle mal arbeiten lassen. Gucken, ob wir auf den Xen. Oh, da liegt Holz. Das ist sehr gut. So. Segemühle. Falls wir dann Bretter haben, holen wir uns die Goldmine. Mal gucken, was hat der Jäger gekostet. Auch drei Bretter. Aber neun Steine. Das geht jetzt noch nicht, da uns ein Gold fehlt. Können aber den schon einmal abgräten. So, Holz ist voll. Drei Bretter. Fehlt ein Stein. So, die Nacht. Den Tag haben wir auch überlebt. Ohne Zwischenfälle. Auch mal kleine. Beine. Können wir die Goldmine bauen können. Oh ja, Gold zum Upgraden unserer Burg. Boah. Fahr direkt rein. Unser Held ist aufgelevelt. Mal so mal ein bisschen schauen hier. Das ist hier, das positioniert drin. Wollte jetzt aber noch gut funktionieren alles. So, wir tauschen die. Das hat geklappt. So, wir haben ein Gold noch. Wir sind überall alle raus. Wir brauchen jetzt erstmal Gold. So. Das nehmen wir ruhig einmal. Beine sind voll. Und wenn wir sie nicht platzieren, die Arbeiter, dann helfen sie tragen. Wir können den Jäger noch nicht bauen. Jetzt können wir den Jäger bauen. Oh. Wenn wir fünf Gold haben, holen wir uns hier erstmal einen Steinbruch. Und dann müssen wir den Jäger bauen. Wir müssen den Jäger bauen. Das ist sehr gut. Sehr gut. Steinbruch. Da haben wir jetzt genug Steine. Hier müssen wir den Förster. und die Fähigkeit schneller angreifen das sieht sehr gut aus müssen wir am nächsten Tag erstmal schauen dass wir jetzt hier kleine bekommen da sind überall welche drin hier ist einer für Holz als nächstes wichtig Mauern und der Jäger mal schauen wie wir das hinbekommen gucken auf die X wir können jetzt auch den Priester also den Mönch holen bringen wir uns hier mit einem Weizenfeld könnten wir machen aber als erstes sammeln wir die Steine brauchen wir jetzt erstmal für die Mauer verstärkt ein bisschen unsere Truppen ein Stein fehlt ich glaube keiner trägt den letzten Stein dass die gut stehen oh das geht noch okay das haben wir geschafft so Tag 7 könnt ja ruhig mal einer den letzten Stein holen den Stein ab so Mauern okay der Koppelkönig kommt der sollte ja machbar sein der sollte ja machbar sein vielleicht glaube ich schon so 9 Gold das reicht erstmal 10 Gold sogar auf den Bäume vor kein freier Weg so jetzt 16 Holz können wir ein neues Haus kaufen holen wir uns gleich erstmal den Jäger was sollen wir den Jäger holen Goldschmelze Weizenfeld brauchen wir Gold machen sie unbedingt in diese Spann oder nicht ohne geht wir können uns das Weizen auch von hier holen wir machen Weizen und Jäger würde ich sagen und schon wieder dunkel okay so lange haben wir gegen den noch nie gekünft das ergibt jetzt gar keinen Sinn gegen den einfachen Boss verloren Stein da hin Gold hier hin die Taverne die kann ruhig hier oben hin hier kommt Stein hin da Gold da setzen wir dann Holz hier hin das ist eigentlich der Stall das ist eigentlich der Stall und weit so aus Musik So, wir haben den Tag überlebt Okay Wir bekommen Ah, wir nehmen wieder den Halbling, würde ich sagen Direkt nach vorne, den einen nach vorne Ah, unser Arbeiter Welt ist voll So Jetzt arbeiten sie weiter Auf den Xen wieder schauen So Welt ist voll Und sammeln Steine So Eine werden gesammelt Hier brauchen wir wieder Gold Schauen, dass wir uns den jetzt holen Bein tauschen Da für den Tag gleich vorüber Müssen wir gleich auch einen Nahrungsstamm holen Oh Einmal da rein Holz brauchen wir gar nicht Der ist voll momentan Hier kommt dann Goldmine hin Da brauchen wir Brett dafür Weizen Wir stellen uns jetzt hier eine Weizenfarm hin Dann hier nämlich Der Stall rein Und wir können uns den Mönch holen Und wir können uns den Mönch holen So 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 Goldmine brauchen wir Bretter Segemühle drehen wir dann am besten hier hin. So. Ein bisschen raus. Da rein und da rein. Müssen wir hier kurz bauen. Langsamer machen. Gucken. Das haben wir geschafft. Nahrung haben wir auch genug. Hier oben haben wir. Mal gucken, wie viel war zusammen bekommen. 75 können wir hier noch ein Fred kaufen. Sieben Weizen, also das ist auch gleich voll. Holen wir uns jetzt hier den Mönch. Wir stellen den so in die Mitte. Rüchten dann aber echt den Jäger. Können wir ruhig mal Bretter machen. Wir brauchen unbedingt Bretter, damit wir hier auch eine Goldmine bauen. So. Also. Noch zwei Blitz. Dann bauen wir den Jäger, würde ich sagen. Wir fangen gut. Treibretter. Und neun Steine, was nicht geht. Wir gucken. Sieht aber noch recht gut aus. Nahrung für die Nacht haben wir. Ja, das sah ja gut aus. So. Können wir alles aussprengen. Einen Goldbarren. Rina bringt uns nichts. Ob wir Gold Melze diesmal bauen. Wir lassen das mal. Also wir brauchen Gold für den Jäger. Und hierfür. Drei dafür und drei Steine. Für den Jäger brauchen wir neun Steine und drei Bretter. Müssen wir den Steinbruch auch gleich schon wieder kaufen. Kosten 5 Holz 5 Weizen. Oh, wir können Monster herausfordern, aber sind wir dafür schon stark? Moment, was kostet das Upgrade? Ja, ach. Kriegt er das noch zusammen? Stufe sind die. Die sind alle Stufe 2 und erst Stufe 1. Das lassen wir heute lieber. Auch mal wenn, einen Tag später. 5 Gold haben wir hier oben ein bisschen gucken. Langsamer machen. Wir sollten dann auch halt den Glitter upgraden. Mal schauen, was wir den nächsten Tag machen. So, das sah ja gut aus. Wollen wir aber springen. Wir brauchen ein Weizen. Wir brauchen ein Weizen. Ja, aber nicht so schwer sein, oder? Also wir haben da Weizen. Oh, es wird abholt. So, ein Weizen hätten wir. So, der Jäger kostet 9 Steine. So, jetzt noch mal ein Steinbruch. Wir brauchen noch ein paar Steine zu erzusehen. Irgendwie noch hinfliegen. 2 Steine abzusehen heute. Nun bin ich so äußerem. Jetzt haben wir schon wieder kein Holz. Wir brauchen bald einen Förster, sehe ich gerade. Einen Stein. Also der Förster will nicht reinbauen. Oh super, genau in die falsche Richtung. Gut, der Weibling kriegt heute keine Erfahrungspunkte, dass es ein bisschen doof gelaufen wird. Das können wir jetzt auch nicht ändern, aber naja. Gut wäre halt, wenn er hier mal die neuen Beine vollkriegt. So, hier liegt ja auch genug Holz rum, sobald ich hier habe, endlich, wir haben einen neuen Reiner. Hier einen rein, da brauchen wir keinen, Bretter benötigen wir gerade, benötigen wir Bretter. Wir könnten jetzt den Feast da einmal upgraden, dann kommt hier halt doch wieder einer rein. Anbauen, verbessern, das müssen wir als nächstes verbessern. Und dann benötigen wir echt den Stall. Jetzt kommt nur der Goblin King. Wir könnten ja jetzt dann das hier machen. Aber heute nicht möglich. Mh, wegen dem Miniboss. Naja. So. Storben. Was bekommen wir? Ja. Ja, verursacht er das nicht sowieso schon? Drogenschützen verursachen. Okay. Mh. 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 furcht und jetzt auch nichts wir haben den magier nicht immer das das kann man auch nicht angreifen oder wir haben nur zwei nahrung ich gehe es mir da keiner einsammelt ach das kann ja schon wieder nicht wahr sein nichts wird eingesammelt brauchen unbedingt den stall das ist wieder alles nicht so prickelt gold brauchen wir auch nicht mehr eine brauchen wir jetzt fehlt wo doch was der nächste achten und bei dem mönch werden es richtig das enden Oh, ich stelle ihn mal wieder so hin. Müssen wir noch kurz einen Überblick verschaffen. Benötigen Reine. Reine ohne Ende. Und 16 Holz. Der Jäger macht nicht, was er soll. Wir haben eine Nahrung. Kann nicht wahr sein. Also die Steine kriegen wir heute nicht zusammen. Wir müssten den auch upgraden. Cool, der Ritter ist dort. Ja, dann gehen wir jetzt gleich drauf. Ja. Das war's. Ich habe mal in Münzen gemacht. Das ist schon mal gut. So. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Liken nicht vergessen. Und zum nächsten Mal holen wir uns noch mehr Münzen. Bis dann. Bis dann. Bis dann.